Habe ich nicht ausgesprochen Talent? Fotorealistisch, oder? Das ist auch noch so wenig. Das ist noch zu haben, oder? Ich mache noch die Sonne fertig. Ja, bitte. 5 Millionen sollen sie haben? Ja. Ich meine noch den Hund zu Ende, kleinen Moment. Mein Steckenpferd ist Fotorealismus. Ich feiere es übelst, wirklich. Ja? Ich feiere es übelst. Sie sollen es nicht nur feiern, Sie sollen es kaufen. 500 ist doch ein Schnapper. So absöden Schnapper. Oder? Entschuldigung. Jetzt sieht es so aus, als hätten Sie zu spät. Also ich würde es sofort nehmen. Ja, das sind keine 500. Das sehen wir jetzt gleich. 100, 450. Ich sage, Leute, kriegen Sie es mal für 450, weil es ist ja vorher weggeschnappt. Dankeschön. Kriegen Sie von mir das Bild? Ja. Sie kriegen von mir eine Ghettofaust für sympathisches Lachen.